Deutsch lernen durch Hören Abschleppdienst Deutsche lieben ihre Autos sehr. Sie geben ihnen oft sogar Namen. Meins zum Beispiel heißt Theo. Deutsche pflegen ihre Autos mit viel Sorgfalt. Trotzdem kann es passieren, dass ein Wagen mal kaputt geht und nicht mehr fährt. Das nennt man Panne. Dann muss es in die nächste Werkstatt gebracht werden. Wenn man das nicht selbst erledigen kann, braucht man einen Abschleppdienst. Ein Abschleppdienst ist eine Firma, die besondere Fahrzeuge hat, mit denen man ein Auto transportieren kann. Mit Hilfe eines Hakens wird der Wagen auf einen Anhänger gezogen. Dann wird es zur Reparatur gebracht. Diese Dienstleistung ist ziemlich teuer. Viele Deutsche sind deswegen Mitglied in einem Automobilclub, zum Beispiel im ADAC. Sie sind dann für den Fall einer Panne versichert. Dieser Verein übernimmt dann die Kosten für den Transport zur nächsten Werkstatt. Oft bekommt man auch einen Leihwagen für die Dauer der Reparatur. Abschleppdienste sind aber nicht immer beliebt. Sie kommen nämlich auch dann, wenn man sein Auto falsch geparkt hat. Dann wird der Wagen zu einem bestimmten Parkplatz transportiert. Man bekommt von der Polizei mitgeteilt, wo sich das Auto befindet. Gegen eine Gebühr kann man den Wagen dann wieder abholen. In diesem Fall erstattet der ADAC natürlich die Kosten nicht. Ist dein Wagen schon mal nicht angesprungen oder hatte er eine Panne, sodass du ihn abschleppen lassen musstest? Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören 1 1 1 3 Untertitelung des ZDF, 2020